Hallo, grüß Gott und herzlich willkommen zur Sportarena. Heute melden wir uns aus Puzza im Fassertal. Da hat ja die Italienmeisterschaft im Riesentorlauf stattgefunden. Unser Gast, das ist Nicole Giuss, herzlich willkommen. Ein ganz besonderes Rennen natürlich für Nicole Giuss. Es war das letzte Rennen deiner Karriere. Ja genau, heute war mein letztes Rennen. Ich bin voll froh und ich kann auf eine schöne Karriere zurückblicken. Eine sehr intensive Karriere mit vier Podiumsplätzen. Zwar im Slalom und zwar im Riesentorlauf, wo ich ganz stolz darauf bin, weil ich es in zwei Disziplinen geschafft habe, aufs Podium zu kommen. Ich habe zwar keine Medaille gemacht, aber es ist zweimal ganz knapp, knapp dahergegangen und trotzdem bin ich froh, das gemacht zu haben, den Sport gemacht zu haben. Und ja, jetzt geht es weiter das Leben und hoffe auf eine schöne Zukunft. Jetzt soll mal schauen, du hast heute gefeiert mit deinen Kolleginnen und Trainern. Also da hat man so ein bisschen auch gemerkt, wie beliebt du eigentlich warst. Es war mir wichtig, mich zu verabschieden von meinen Trainern und von meinen Kolleginnen. Und es tut mir leid, dass die Denise und die Manu nicht da waren, aber ich denke mal, sie waren sicherlich mit dem Gedanken da. Und ja, ich bin froh, jetzt das anschließen zu können und jetzt ein neues Leben umfangen zu können. Wie schaut dein neues Leben aus? Ja, jetzt muss ich mal schauen. Ich habe jetzt mal mit einem Studium umgehalten. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das noch gerecht, weil ich jetzt schon recht viele Jahre nicht mehr studiert habe oder gelernt habe. Deshalb muss ich mal schauen. Und dann hoffe ich, dass ich mich so langsam ins normale Arbeitsleben einbringen kann und hoffentlich auch eine Familie gründen kann und was halt alles so dazugehört. Ja, was studierst du? Ich studiere Sportwissenschaften in Rom. Es ist ein Fernstudium. Deshalb kann ich es ganz gut kombinieren mit Arbeit. Und ja, wir schauen, ob das funktioniert. Ich hoffe, dass es gut geht und wir schauen, ja. Du hast selbst erwähnt, der Medaille hat es keiner gereicht, aber trotzdem bei vielen grossen Ereignissen dabei gewesen. Weltmeisterschaften, Olympische Winterspiele. Jetzt wäre im nächsten Jahr noch einer gewesen. War zu weit weg gewesen? Ja, nein. Für mich war eigentlich von Anfang der Saison eigentlich klar, dass das meine letzte Saison sein wird. Ich habe versucht, mich wieder zurückzukämpfen in der Nationalmannschaft, aber es ist mir nicht so recht gelungen. Es war ziemlich schwierig, aber zum Teil habe ich mein Ziel eigentlich erreicht, weil ich irgendwie viel Spaß am Skifahren habe. Bei der Teilemeisterschaft bin ich Zweiter geworden und ja, vielleicht hat es jetzt im Weltcup nicht so viel gepasst. Aber ich muss sagen, beim letzten Rennen in Saison, herzigerweise habe ich voll ein gutes Gefühl gehabt und bin leider rausgeschieden. Aber so ist es halt mit dem Skifahren. Und ich bin trotzdem froh, dass ich jetzt eben das letzte Jahr noch gemacht habe. Ja, heute das letzte Rennen in Potsdam-Difazza, der Riesentorlauf. Da ging es um die Teilemeisterschaft. Für dich natürlich nur mehr ein Jux-Rennen. Wir sehen es auch. Wir wollen aber mal auf dieses Rennen zurückblicken und schauen, wie es gegangen ist. Eigentlich hätten am Mittwoch am San Pellegrino Pass die Abfahrtstitel vergeben werden sollen, aber wegen der großen Neuschneemengen wurde das Programm der Italienmeisterschaften kurzfristig abgeändert. Und so fand ihm Potsdam-Difazza auf der Arloch, bis er der Riesentorlauf tat. Die gesamte italienische Elite hatte gemeldet, es fehlten nur Manfred Mölk, Blardone, Paris, Hehl und Klotz. Mit dabei war hingegen Christoph Innerhofer, der mit einer starken Leistung aufmachen ließ und hinter Luca di Alipanini den ausgezeichneten fünften Platz belegte. So ganz überraschend kam dieses Ergebnis aber nicht, denn Innerhofer war im Riesentorlauf schon zweimal bei nationalen Titelkämpfen Vierter, Zeit aus Dozim in Santa Catarina Valfurva und das Jahr darauf in Bardonecchia. Der 28-jährige Geiser, der heuer drei Weltcup-Abfahrten gewonnen hat, blickt schon auf die nächste Olympiasaison. Ich werde sicherlich nicht mehr so werden, oder das werde sicherlich mein Körper nicht mehr aushalten, so ein Training wie ich die Jahre davor gemacht habe. Wie zum Beispiel wir mal schon diskutiert über das Trainingsprogramm am Monat Argentinien stand auf dem Plan. Aber so bleibe ich eigentlich hundertprozentig nicht, weil das schaffe ich einfach nicht, ohne therapeutische Behandlung so lange weg zu sein. Deswegen, wie gesagt, vielleicht ist Mittelmaus zwischen letztes Jahr und vor zwei Jahren. Mehr als letztes Jahr oder weniger als vor zwei Jahren, dann macht man es auch mehr Spaß, bei Nord- und Frischofan-Training und kann mehr auf Qualität arbeiten wie auf Quantität. Der Titel im Riesentorlauf ging an Top-Favorit Davide Simoncelli. Der 34-jährige Ausroveretto wiederholte seinen Vorjahressieg. Insgesamt war es schon sein dritter Italienmeistertitel. Simoncelli fuhr in beiden Durchgängen Bestzeit und gewann vor den beiden Südtiroler Routiniers Michael Guffler und Alexander Ploner. Somit sind alle drei Medaillengewinner 34. Guffler noch nicht ganz. Er feiert am Sonntag seinen 34. Geburtstag. Es sind aus allem die Jungen, die Jungen, die Jungen. Jetzt haben sie mal gesehen, dass sie von den alten heißen und echt nicht die schwächsten sind. Vielleicht nehmen sie mal die Augen auf und sehen, dass die Eltern vielleicht echt auch noch recht kurz schiefen. Guffler war schon im ersten Lauf zweiter, hielt dann diese Position und holte Silber mit 34 Hundertstel Rückstand auf Simoncelli. Vor zehn Jahren gewann er Amtonale seinen bisher einzigen Italienmeistertitel. In Pozza holte er sich zum dritten Mal Silber und die insgesamt neunte Medaille. Im zweiten bin ich angekommen. Erster war ganz überrascht, weil oben aus bin ich viel zu groß gewesen. Wenn ich jetzt noch in den Zähnen bin, geht es eh gut. Aber ich glaube, den Steilhang muss ich recht gut gefahren sein. Passt schon. So haben wir mit der Medaille. Für die Italienmeisterschaft ist alles gut. Platz drei ging an den Enneberger Alexander Ploner. Trotz seines groben Fehlers im ersten Durchgang schaffte er es zum sechsten Mal in seiner Karriere aufs Podium bei einer Italienmeisterschaft. Am Ende hatte Ploner 54 Hundertstel Rückstand auf Simoncelli. Der Gardertaler hatte die beiden letzten Saisonen immer mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, blickt jetzt aber optimistisch in die Zukunft. Diese Saison habe ich ziemlich gearbeitet. Mit den Knie ziemlich gearbeitet, weil letzte Saison hat es überhaupt nicht gepasst. Und hier geht es ganz gut. Ich lasse mich eigentlich überraschen. Ich werde sicher im Sommer trainieren und dann werden wir schauen. Sehr gut im Rennen lagen nach dem ersten Lauf auch die beiden Eckener Brüder Michael und Florian Eisert. Der 23-jährige Michael war fünfter, verpatzte aber total den zweiten Durchgang und rutschte auf den 13. Rang ab. Sein fünf Jahre älterer Bruder Florian, der heuer schon zwei Europa Cup Riesentorläufe gewonnen hat, erwischte auch nicht einen Traumlauf, fiel aber im zweiten Durchgang nur von Rang sechs auf Rang sieben ab. Ich habe einen zweiten Lauf mit dem alten Ski gemacht, den ersten mit dem neun. Und ins Wort ist halt aufgefallen, dass ich nicht unbedingt das richtige Timing habe mit dem Ski. Mit dem jungen Gardertaler Alex Zingerle schaffte sein fünfter Südtiroler in die Top 10. Er belegte Rang 9. Der Bootser Slalomfahrer Marco Tonetti und der Kastlerutas Spielspezialist Peter Phil, beide im ersten Lauf unter den besten 30, schieden dann im zweiten aus. Beide blicken aber optimistisch auf die kommende Olympiasaison. Ich hoffe, dass es für mich auch ein richtiger Termin ist, aber es ist schon schwer. Die Schlalomgruppe um ein Heuer und nächstes Jahr auch ganz gut. Da sind wir sechs, sieben Leute, das ist wirklich stark gefahren. Es ist halt nicht leicht, aber probieren kann man es allen. Heuer war es nicht so optimal in Schladming, aber sicherlich bin ich ein bisschen gehandicapt, umgereist, nach dem Sturz. Und ja, du, vielleicht geht es nächstes Jahr bei der Olympiade gut. Ich werde auf jeden Fall das Beste geben und wir versuchen so gut wie möglich vorzubereiten. Bei den Damen, da fehlten die verletzten Titelverteidiger Denise Carbon und die angeschlagene Manuela Milt. Und so schaffte nur eine Südtirolerin den Sprung aufs Podest, die Arntalerin Anna Hofer. Sie wurde hinter Elena Curtoni und Francesca Marsalia Dritte und gewann ihre erste Medaille bei einer Italienmeisterschaft. Nach dem ersten Lauf lag Hofer nur an 10. Stelle, dann preschte die 25-Jährige aus Steinhaus im zweiten Durchgang mit Laufbestzeit auf den dritten Platz vor. Im Ziel hatte sie auf Siegerin Curtoni einen Rückstand von 41 Hundertstel. Im zweiten Durchgang habe ich wirklich einen guten Lauf gemacht. In der ersten ist es leider nicht so viel gut gegangen, aber insgesamt bin ich über den dritten Platz schon zufrieden. Caroline Pichler aus Petersberg verpasste hingegen vor den Augen ihres Vaters das Podium als vierte um nur 22 Hundertstel Sekunden. Die 18-Jährige ist derzeit in Hochform, belegt er letzte Woche beim Europacup in Sochi den dritten Platz im Riesentorlauf und den vierten im Super-G. Die Saison insgesamt hatte ich viele Hochs und Tiefs, aber das Finale ist sicher gut gegangen mit den zwei Rennen in Sochi. Da kann ich schon zufrieden sein. Mit Lisa Agerer aus Nauders landete eine weitere Südtirolerin unter den Top 10. Die 21-Jährige im Vorjahr Gewinnerin von acht Europacup-Rennen hatte heuer eine schwierige Saison. Ein Riesentorlauf überhaupt ist eigentlich von Anfang an nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. In Subventionen Abfahrt habe ich ein paar gute Rennen gezogen, ein paar gute Zwischenzeiten, aber wir haben das Augenmerk auf den Riesentorlauf gelegt und das hat heuer nicht zusammenpasst. Für eine echte Überraschung sorgte im Potzer die erst 16-jährige Kastelrutterin Verena Gaslitter. Nach dem ersten Durchgang lag sie sogar an 8. Position, rutschte dann aber auf Platz 14 zurück. Vor einem Monat hat Gaslitter bei den Jugend-Europa-Spielen in Rumänien Gold im Riesentorlauf geholt. Unter den Zuschauern in Potzer war auch Hanna Schnauf. Die Ohrlangerin hat sich von ihrer schweren Verletzung erholt und bereitet ihr Comeback vor. Mittlerweile geht es mir wieder ganz gut. Ich kann alles ziehen eigentlich. Ich habe keine Probleme mit den Knie. Es geschwillt nicht mehr an. Es ist also wirklich gut. Und ich habe schon angefangen ein bisschen Skifahren, ein bisschen frei und wirklich noch gemütlich, weil ich noch Zeit habe. Und dann will ich einfach ganz gut auskurieren alles und dann auch wieder hundertprozentig loslegen. Die Italien-Meisterschaft in der Abfahrt dort im Super-G wird am Donnerstag 4. und Freitag 5. April am St. Pellegrino Pass ausgetragen. Die nationalen Titelkämpfe also hier in Potzer im Fassertal. Der Weltcup, der hat hingegen seinen Schlussakt in der Schweiz gehabt und zwar in Lenzerheide. Auch viele Südtiroler mit dabei. Wir blicken mal ganz kurz zurück. Das macht für uns Hannes Größ. Musik Nun ist sie definitiv Geschichte, die Weltcup Saison 2012-13 der alpinen Skireinläufer. Und sie ist aus Südtiroler Sicht so zu Ende gegangen, wie man es sich überhaupt nicht wünscht, mit einer schweren Verletzung. Im Riesentorlauf kam Denise Carbon im zweiten Durchgang nach einem Einfädler so schwer zu Sturz, dass sie sich einem Bruch des inneren Sprunggelenks bzw. des Wadenbeins zuzog. Nach der Erstversorgung auf der Piste wurde die Südtirolerin umgehend im Krankenhaus von Kur am Knöchel operiert und mit mehreren Schrauben fixiert. Carbon wird nun mit Sicherheit drei Monate ausfallen. Erst danach wird man vermutlich wissen, ob sie ihre Karriere, die schon von so vielen Verletzungen unterbrochen wurde, fortsetzen wird. Aus sportlicher Sicht schrieb Manfred Mölk die Südtiroler Schlagzeilen, auch weil die Speedkönige Anfang der Woche aufgrund des dichten Nebels und Schneefalls während Abfahrt und Super-G gar nicht antreten konnten. Der 30-jährige Enneberger belegte am Samstag im Riesentorlauf den zehnten Platz und heimste Rang 4 in der Disziplinenwertung ein, nur 25 Punkte hinter dem Franzosen Alexis Pintourot. In diesem Rennen untermauerte einmal mehr Dreifach-Weltmeister Ted Ligeti seine Klasse. Der US-Amerikaner verwies Marcel Hirscher aus Österreich bzw. Pintourot auf die Plätze. Ligeti holte sich auch die kleine Kristallkugel. In diesem Rennen war auch Florian Eisert aus Oberecken am Start. Der 28-Jährige wurde zum Abschluss der Saison 2012-13 noch einmal 13. Eine Konstanz, die sich auch bei den Preisgeldern bezahlt macht, denn immerhin staubte Manfred Mölk 75.537 Euro ab. In der Weltcup-Gesamtwertung wurde Mölk Siebter, im Slalom-Ranking Fünfter. Platz 18 schaute hingegen für den zweiten Südtiroler heraus, der im Slalom in Lenzerheide beim Finale ebenfalls dabei war, nämlich den Sarner Patrick Thaler. Den Sieg holte sich Felix Neureuther, der in einem spannenden Finale Marcel Hirscher und den Kroaten Ivica Kostelic auf die Plätze verwies. Hirscher holte sich auch die kleine Kristallkugel ab und gewann den Gesamtweltcup mit 1535 Punkten. Bei den Frauen hatte sich als einzige Südtirolerin Denise Carbon für das Finale qualifiziert, dessen Saisonende wir schon eingangs beschrieben haben. Am Samstag gewann die 18-Jährige US-Amerikanerin Michele Schiffr in den Slalom und schnappte Tina Madze die kleine Kristallkugel auf der zielgeraden Weg. Madze rächte sich auf ihre Weise und gewann am Sonntag den Riesentorlauf. Damit schraubte sie ihr Punktekonto im Gesamtweltcup auf unfassbare 2414 Zähler. Den Gewinn der kleinen Kristallkugel hatte sie schon vor dem letzten Bewerb sicher. Nicole Juss, Weltcup-Finale in Lenzerheide hast du wahrscheinlich im Fernsehen mitverfolgt. Im nächsten Jahr, die Zukunft wirst du immer im Fernsehen diese Rennen mitverfolgen. Glaubst du, es wird ein bisschen schwierig sein? Ja, also ich muss sagen, die Rennen sind voll interessant geworden. Es kommen viele Jungen nach und das ist richtig so. Es ist schon toll, Weltcup zuzuschauen, auch wenn man nicht dabei ist, muss ich sagen. Mir gefällt es allen auch, Weltcup-Rennen zu verfolgen. Du hast es gesagt, viele Jungen kommen nach. Es gibt ein bisschen Generationswechsel. Du hast gelassen, die Recke hat es heuer gelassen. Manuela Mölk ist angeschlagen, Denise Carbon ist jetzt verletzt. Da ist auch die alte Garde, unter Anführungszeichen. Das hat schon ein bisschen Schwierigkeiten. Ja, so langsam, so langsam, logischerweise, altersbedingt, werden wir es alle so langsam lassen. Aber ich denke, ich hoffe vor allem, dass die Jungen nachkommen und dass sie einfach beweisen, was sie draufhoben und dass sie eben in unsere Fussstapfen steigen. Deshalb bin ich gespannt und ich freue mich und ich hoffe, dass sie kommen. Ja, einige haben ja euch als Vorbilder, besonders die ganz, ganz Kleinen. Und die haben ja auf der Bloße oder hätten auf der Bloße das VSS-Finale machen sollen. Und zwar am vergangenen Wochenende. Leider ist es ins Wasser gefordert. Oder besser gesagt, der Nebel hat das nicht zugelassen. Wir waren trotzdem auf der Bloße. Für uns berichtet, Alexander Foppe. Nicht weniger als 690 Kinder hatten sich am Sonntag zum Landesfinale der VSS-Skimeisterschaft auf der Bloße eingefunden. Doch das Wetter machte sowohl den Nachwuchssportlern als auch den Organisatoren einen Strich durch die Rechnung. Gegen die eisigen Temperaturen und den starken Wind konnten noch rund 300 Teilnehmer ankommen. Doch der dichte Nebel sorgte schließlich für den Abbruch des Riesentodlaufs. Auch wenn sämtliche Zwischenstände annulliert wurden und alle vorzeitig die Heimreise antreten mussten, hatten die Kinder ihren Spaß auf der Bloße. Den Ausrichtern trieb das Wetter hingegen Sorgenfalten ins Gesicht. Das ist schade, aber wie gesagt, man muss da natürlich schon auf die Sicherheit für die Kinder aufpassen. Das geht einem in erster Linie vor. Ein Rennen kann man nachholen, man wird einen Termin finden. Aber natürlich ist das Beste, auf die Kinder zu schauen. Das ist nicht angenehm. Manche haben da wirklich nicht reguläre Verhältnisse gehabt, die, die schon durch sind. Die, die kommen, man weiß nicht, wie sich das entwickelt. Der Nebel kann vielleicht vorbeigehen, vielleicht auch nicht. Aber ich glaube, man muss da eine Entscheidung treffen. Und die muss auf jeden Fall für die Kinder, für die Sicherheit, für die Kinder fallen. Erfreulich war an diesem Tag lediglich die Teilnehmerzahl von 690 Kindern. So viele waren es bei einem Landesfinale noch nie. Das ist sehr überraschend. Wir haben natürlich schon mit 600 Leuten gerechnet im Verband. Aber dass es dann 690 geworden sind, insgesamt, das ist natürlich schon super. Das heißt also, dass diese Serie schon geschätzt wird und das alle mitgehen können, ist auch toll. Das soll ja ein Abschlussfest sein für die ganzen Kinderrennen, für die ganzen Teilnehmer, die das ganze Jahr die Rennen bestreiten. Der Großteil der Teilnehmer wird auch am Gründonnerstag, 28. März, wieder an den Start gehen. Dann wird die VSS-Kinder-Skimeisterschaft auf der Blose nachgeholt, sofern das weiter mitspielt. Der zweite Versuch auf der Blose also in genau einer Woche. Und wir wechseln jetzt Sportart und kommen zum Skilanglauf. Das Europa-Cup-Finale, eigentlich heißt der Europa-Cup, hat vergangene Woche in Toblach stattgefunden. Mit einem deutschen Triumph endete in der Nordic Arena von Toblach der Europa-Continental-Cup 2013 die zweitwichtigste internationale Langlauf-Serie nach dem Weltcup. Bei den Männern gewann Franz Göring die Gesamtwertung der allgemeinen Klasse, der sich bei den Damen Monique Siegel durchsetzte. Bei den Junioren gingen hingegen die Gesamtsiege an den Franzosen Clement Paris und an die Australierin Francesca Baudin. Über 200 Athleten aus 20 Nationen waren in Toblach am Start, darunter auch ein Dutzend Südtiroler. Von den einheimischen Spitzen-Langläufern fehlten nur die Weltcup-Fahrer Clara Nöckler, Hofer-Morickel und Deborah Agreiter. Für das beste Ergebnis sorgte der 25-jährige Grönner Djamati Kostner, der im Prolog den ausgezeichneten vierten Platz belegte und das Podium um nur neun Zettelsekunden verpasste. Es war dies sein bestes Saisonergebnis. Im Vorjahr hatte Kostner an zwei Weltcup-Sprints teilgenommen, heuer lief es hingegen nicht ganz nach Wunsch. In der Entwertung des Opercups reichte es gerade mal zum 57. Gesamtrang. 2010 hatte Djamati Kostner diese Serie sogar gewonnen. Ich bin halbwegs gut in der Saison gestartet. Und dann im Jänner, Februar habe ich ziemlich nachgelassen gehabt. Jetzt zu den letzten Rennen habe ich wieder ziemlich gute Rennen gemacht. Es gibt sicher eine Motivation für nächstes Jahr weiterzumachen und weiterzumachen und weiterzumachen. Und heute ist es gut gegangen. Das sieht man, wenn es gut geht, noch ist man dabei und es macht schon eine Freude. Auch David Wieser kam heuer nie so richtig auf Touren. In Toblach war der 33. Platz beim Prolog sein bestes Ergebnis. Dem 25-jährigen Ausklurns, der der Joghurt als eine der großen einheimischen Hoffnungen galt, gelang es bisher nicht, sich international zu behaupten. Er wird in den nächsten Wochen entscheiden, ob er überhaupt noch weitermachen will. Im nächsten Jahr müssen wir schauen, was man dann hängt noch davon, ob wir jetzt die letzten Rennen laufen. Und dann entscheiden wir Ende der Saison. Wesentlich erfolgreicher war die heutige Saison für Matteo Tarnel. Der noch 19-jährige Branzoller sammelte in Toblach einen 6., 8. und 11. Platz in der Altersklasse unter 20 Jahren. Tarnel nahm vor zwei Monaten auch an der Junioren-Weltmeisterschaft in Liberitz teil, wo er vier Rennen bestritt und über 10 Kilometer Freistil der beste Italiener war. Ich habe hier einfach eine gute Form gehabt und dann habe ich das genutzt und habe ich gute Rennen gemacht. Die restlichen Südtiroler bei den Junioren, Lukas Beer, Alex Oberbacher, Stefan Zelger, Sonny Stauder und Matthias Beer, erreichten Platzierungen zwischen dem 20. und dem 35. Rang. Besser macht es bei den gleichaltrigen Damen die Grünerin Elisa Kasslatter. Die 20-Jährige wurde bei den drei Rennen in Toblach einmal 14. und zweimal 15. Überhaupt konnte sich heuer Kasslatter bei den internationalen Juniorenrennen konstant unter die besten 15 platzieren. In der allgemeinen Klasse war mit Barbara Antonelli nur eine einzige Südtirolerin am Start. Für die 26-jährige Puznain, die schon 2006 in Aosta ein Weltcup-Rennen bestritten hat, reichte es zu drei Platzierungen um Rang 20. In der Gesamtleitung des Opercups wurde Antonelli 26. Wenn es nach dem Willen der Veranstalter geht, dann soll diese Langlaufserie auch in den kommenden Jahren in Toblach abgeschlossen werden. Heuer klappte alles wie am Schnürchen. Dafür hat auch die neue Rennleiterin, die ehemalige Biathlon-Weltkasseathletin Nathalie Santer, gesorgt. Und wir wechseln zum Sledge-Hockey. Die Italien-Meisterschaft steht ja an diesem Wochenende auf dem Programm. Bozen natürlich auch mit dabei und sogar als Favorit. Die Nationalmannschaft, die hat sich in Brixen vorbereitet auf die Weltmeisterschaft, die dann in Korea stattfinden wird. Wir haben sie besucht. Für uns macht das Kurt Latter. Die Paralympics in Vancouver sind längst Geschichte. Die italienische Sledge-Hockey-Nationalmannschaft hat ihren Blick bereits nach Sochi gerichtet, wo im nächsten Jahr die Paralympics ausgetragen werden. Dafür müssen sich die Azuri erst qualifizieren. Die erste Chance bietet sich ihnen bei der Weltmeisterschaft der Gruppe A vom 9. bis 20. April in Südkorea. Voriges Jahr war es wichtig, in der ersten sechs zu bleiben, in der A-Gruppe. Und früher geht es auch schon um die Qualifikation für Sochi 2014. Die Formel ist ja so, dass die ersten Fünfe direkt nach Sochi qualifiziert sind und unser Ziel ist eben, unter die ersten Fünfe zu kämen. Nachher, was man merkt, ist logisch super. Die Medaille war auch schön und auch nicht unmöglich, sagen wir so. Und ja, eben das Haus Gas geben und in Südkorea einmal die Qualifikation schon schaffen. Wir hoffen, dass wir den fünften Platz schaffen. Wie gesagt, es wäre total schwierig, weil wir in der Gruppe schon eine starke Gegner oben sind. Und in der anderen Gruppe, wenn wir gegen Norwegen zusammenkommen, in Norwegen haben wir schon geschlagen, ist es möglich. Ich denke, die Tschechen haben es einmal ein bisschen besser als wir. Meistlich, wir können mit ein bisschen Lick und ich denke, es schaffen wir schon eine direkte Qualifikation. Inzwischen bleiben wir noch im November, wo wir praktisch gegen die ersten drei gegen die Gruppe B spielen. Der Grönner Florian Planker und Werner Winkler aus Kaltern sind seit Jahren eine feste Größe in der italienischen Nationalmannschaft. Um für den Saisonhöhepunkt gerüstet zu sein, hat das Blu-Team in diesem Winter zahlreiche Trainings, wie am vergangenen Wochenende in Brixen, abgehalten und an zwei Turnieren teilgenommen. In Turin haben wir am Anfang Februar vier Länderturniere ausgetragen gegen Japan, Tschechei und Russland. Und dann waren wir jetzt oben in Schweden noch ein Wochenendturnier ausgetragen, wo wir auch gewonnen haben gegen Schweden, Norwegen und Estland. Und jetzt haben wir noch ein paar Tore eben da. Und dann zum Schluss, bevor wir wegfahren, machen wir noch zwei Tore im Verese-Training. Weil wir eben sonst nicht so viel Zeit haben, wie in einem normalen Verein, sei es als Training, als eben auch zusammen zu spielen. Bei der WM warten in der Vorrunde starke Gegner auf Italien. Von Südkorea weiß Werner Winkler nur wenig. Ich weiß leider fast den Krieg bevor ich der Tor hatte, aber sonst eigentlich war es für Südkorea nichts. Wir hoffen, dass jetzt mit dem Krieg nichts ist, dass wir auch nicht fahren können. Und ja, es sind halt starke Gegner, aber wir haben allen gut gespielt gegen gute Gegner. Aber wir steigern uns im Turnier, für Spiel zu Spiel steigern wir uns, das ist vielleicht unser Vorteil. Im ersten Spiel trifft die Mannschaft von Nationaltrainer Massimo Darin auf Kanada. Kanada ist sicher eine Hockey-Nation, wie wir alle wissen. Die haben einen Haufen Spiele und die tauschen auch alleweilen neue oder jüngere Spiele raus. Jetzt haben wir es eben ein Jahr nicht mehr gesehen. Wir haben ein paar Resultate von anderen Turnieren verfolgt, aber viel wissen wir jetzt auch nicht mehr, was da neu ist. Deswegen, voriges Jahr haben wir gesehen, dass wir nicht mehr so viel schlechter sind als wir sind und die Chancen haben wir auch gehabt. Deswegen, wir schauen, wie es geht. Jedes Spiel fängt mit 0-0 und deswegen ist Kanada sicher auch bei den Favoriten für eine Medaille. Im zweiten Spiel wartet Gastgeber und Vizeweltmeister Südkorea auf Florian Blanco und Co. Ich hoffe, dass die Jungs vielleicht nicht so viel gewähnt sind, mit dem Heimpublikum umzugehen. Das erste Mal, dass sie daheim spielen und schauen, wie sie reagieren. Vielleicht ein bisschen Nervosität und Konzentration, was vielleicht für uns positiv sein können. Die letzten Spiele gegen Kurea am Rau haben alle ziemlich knapp verloren. Und deswegen, mit der guten Vorbereitung, was wir da alleweil haben und machen hoher, hoffe ich schon, dass wir das mal ein bisschen mehr Glück haben und den könnten wir schon auch schlagen, von mir aus. Zum Abschluss der Vorrunde messen sich die Azzurri mit Russland. Die Russen sind eben noch stark bei den Aufbauern. Die haben erst vor drei Jahren, vier Jahren vielleicht umgefangen. Und die haben auch schon viele Spieler und die haben sicher auch viel Hockey-Sense. In dem Sinne, die lernen schnell und sind auch jung. Und die sind schon ziemlich komplett, noch nicht so komplett wie andere internationale Mannschaften, aber die werden sicher ein harter Gegner sein. Italien gewann vor zwei Jahren bei der Europameisterschaft im schwedischen Solleftea die Goldmedaille. Obwohl es nur wenige Sledge-Hockey-Spieler im Stiefelstaat gibt, wusste Italien auf internationaler Ebene immer wieder zu überraschen. Wenn man die Kanada umschaut, gerade die USA oder wie die Russen jetzt kommen, da ist es ein finanzielles Mittel dahinter und spielt oder dahinter. Was mir sind halt ein kleines Heifel, was brutal näher geht, was jeder versucht, das Beste zu geben. Und man sieht halt da immer Steigerung, Steigerung. Vielleicht ist das auch der Unsporn, wo man sieht, man kann jetzt mit den Besten der Welt mithalten, dass da der Ehrgeiz noch größer wird. An Ehrgeiz wird es in Südkorea nicht mangeln. Schließlich haben die Azzurri die Qualifikation für die Paralympics im nächsten Jahr in Sochi im Hinterkopf. Wir kommen wieder zu unserem Gast Nicole Juss. Heute der letzte Akt deiner Karriere. Eine sehr stolze Karriere, die du aufzuweisen hast. Wurde auch ein bisschen gefeiert mit Prosecco. Bist du es nicht gewohnt? Wie fühlst du dich jetzt? Ja, eigentlich ganz lustig bin ich drauf. Also heute war mein letztes Rennen. Und ich bin froh, dass es jetzt vorbei ist, dass ich jetzt neue Ziele haben kann. Und ich bin auch froh von meiner Karriere, die ich bis jetzt gemacht habe. Du kannst sicherlich auch ganz, ganz stolz sein. Wir sind natürlich auch stolz, dass wir eine Athletin gehabt haben. Wir wünschen dir sehr viele Erfolge auch in deinem Privatleben, jetzt in deinem zukünftigen. Wir bedanken uns recht herzlich, dass du heute Zeit gefunden hast. Wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Zusehern und wünschen noch einen schönen Abend. Wir bedanken uns natürlichen. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020